Im Krieg gibt es keine Gewissheit. Wenn der Mond am höchsten steht, schlagen wir zu. Mondschattenelfen gehören zu den besten und gefährlichsten Kämpfern. Kannst du nicht mit ihnen Frieden schließen? So einfach ist es nicht. Es stehen Jahrhunderte an Geschichte dahinter. Verbrechen auf beiden Seiten. Menschen haben den König der Drachen niedergemetzelt und sein einziges Ei zerstört. Den Drachenprinzen. Ich sorge für Gerechtigkeit. Du musst etwas sehen. Das ändert alles. Das könnte den Krieg beenden. Jetzt liegt es bei uns. Wir müssen dieses Ei nach Xadia bringen. Reit einfach los und findet ihn. Ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Unaufhaltsam heißt doch nur, dass sie bisher noch niemand aufgehalten hat. Nein, das heißt es eigentlich nicht. Wir haben es geschafft. Mach einfach! Full Minutes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017